hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen folge konstraktions simulatoren mit dem edkräfter 27 und der messkäfer stau auf der autobahn und ja was soll man sagen dr fisch gehen wir ja vor mal ladung ist gesichert dann nämlich ladung ist gesichert ja dann passt das ja wenn ladung gesichert ist ja das kommt halt durch dieses spiel wenn man ja unsere letzte session hat man ja quasi hier beendet somit hat man das spiel so hier gespeichert und wenn man das spiel neulett resettet er einfach alles also fahr mal mit aufgeklappten dicks zur neuen baustelle das ist ja nicht so schlimm nein ja gut da wird doch nichts im weg sein der hochspannungsleitung ich glaube bei der ampel aufpassen was die mitte fängt ja stimmt ich muss ja jetzt auf eine ampel aufpassen schon etwas arg ähm woher müssen wir überhaupt weiß es nicht fahr da einfach irgendwo wo ich vermute dass wir hin müssten beträgt mir das nicht an muss das sagen die anzeigen sollten weiß nicht wird das jetzt irgendwie in der brücke ja ich sehe das ja nicht ich sehe nur so ein riesen mast hier und erinnern sich sehe ich nicht wie ich mit meinem riesen mast oben stehe er ist aber eine ampel jetzt haben wir problem die leute werden sich auch nichts denken diese schaulustigen hier das auto weg drängen damit du ein bisschen beplatt hast wird schon es geht nicht anders naja auch nett aber es passt schon locker jetzt ist ja ja gerade also ich nehme mal hier dieses schild mit innen an sich kann man einfach irgendwie besser justieren gerade den lkw kann ich in der außen ansicht eigentlich eigentlich ähm ja dann wachst du warum das ist aber nicht so geil hallo horst die imbissbude ist immer noch gut hat er ja letztens gesagt ich weiß nicht was wir machen wir sollen verdichten also was machen wir eigentlich mal aufgefallen wenn wir unser ganzen kann hier schon her fahren obwohl wir das doch gar nicht sollen also zumindest dass ich brauchen achtung da war ich so ich weiß noch etwas dass wir hier einfach wieder enorm viel platz haben wo wir unseren mist abstehen können wenn wir auch vor den ganzen mist haben so also jetzt geht's wieder nach hause soll ich dich runter lassen geht das so nein 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 bitte nicht anhänger abgekoppelt warum kann ich einen anhänger abkuppeln mein gott das kann man gleich hier so stehen lassen einfach wahrscheinlich müssen wir auf der anderen Seite wieder anfangen mit der Baustelle nein wir müssen hier anfangen da drüben ist abgesteckt ich muss verdichten vernichten müssen wir das wenn wir verdichten sollen soll man zum walzen zucken ja und da steht der der steht hier professionell aufgeladen schief auf diesen Elementus hier und das hat unser guter Vorarbeiter so gemacht also der gute Weihnachtsmann der ist heute ja nicht da da kommen wir müssen wohin zerstellen wir müssen wohin zerstellen warum ist damit das nicht mehr so mach ich das möchte so wie du es möchtest normal brauchst du nur auf den Auftrag klicken man macht automatisch rot ja aber irgendwie ist denn da der Auftrag nicht ähnlich wir haben zwei Aufträge der eine ist schon für den Aufbau unseres raubten Dings da Siegerwerk Steuerwerk ich die nicht ich verabschiede noch ich bin zu dumm den Auftrag zu finden ja hab ich eigentlich noch alles hinten drauf ja pass 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 mit was fährst du beton ich ja der ist aber nur 40% voll ich muss wahrscheinlich füllen ja wirst du füllen müssen dann fährst du zur Füll anstelle da fährst du nämlich ja eigentlich bissl falsch naja kannst du auch hier langfach fahr mir einfach hinterher muss zum Kies werden ja fahr mir trotzdem hinterher ja andere Richtung wäre schneller gewesen wirklich teig dir mir an Leuten habe ich hm ja dann wäre es schneller gewesen dann wäre jung hm sehr jung dann haben wir uns auf vor die Baustelle dann selber fährt fährt ja lass dich einfach stehen und warte bis du mir hochkommst hm ich dich hochkommen mit dem Kleidfahrzeug oder wie hast du dir das vorgestellt genau ich bin klein ah ja bin klein habt ihr unser Windrad steht da noch schön und dreht und produziert uns also in den LS würde uns ist ja Geld produzieren nur hier ja ja alter wieso fahren die Autos einfach bei grün warum sind die so neben Panik hallo mein armes Fahrzeug du musst dir ja mal anschauen was ich hier wieder eingestellt habe nein die geilen Telsen hat die stellen zu mal einstecken und warte möchtest du wirklich gar nicht wissen nein du musst dir einfach mal anschauen du musst dir einfach mal anschauen wo bist denn du ja beim Walzenzug ähm du steckst hinten ein oder steckst vorne ein siehst du ja wo ich drin bin achso dann ähm ich fahr zu schnell ich kann nichts wünschen ähm tja das vielleicht bewährst du aufschauen das tut da kann weh den den Auflieger rammeln ja du da auch ähm wo ist da jetzt dein hey ja die Autos sind einfach bei grün gefahren das sollen die nicht dann wird sie dann das beibringen Autos bei Rot wird gefahren also es wird immer gefahren wenn ich nicht fahre genau wenn ich stehe könnt ihr fahren wenn ich fahre dann müsst ihr stehen und zwar einfach nur Bremse durchtreten nicht mehr Bremse durchtreten einfach stehen bleibt einem egal wo ihr hinrutscht sie müssen ausweichen 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 ja auch noch einfach auf die grüne Fläche rein weil ich bin Feuer weil ich rette Leben genau ich auch mit Beton ich bete dir alles was lebt und ja wir sehen auch immer noch unser Gleitfahrzeug steht auf der Autobahn und ja sperre ab so muss ich sagen sicher sicher wir haben auf jeden Fall wieder unseren Spaß der das wird der Brücke das wird wieder so eine Angelegenheit genau ja was hat man noch für so Gesprächsthemen auch wenn man jetzt relativ gut mit dem auf einer Seite könnte wir ja die User fragen ob sie da viel wären ab Folge 100 ein anderes Spiel zu spielen aber bis die da entscheiden könnten äh das würden wir dann nicht mehr schaffen wegen Aufnehmen her wie äh ja wir sind so ein bissl ja ich hab noch ein bisschen da überlegen ob wir 100 ein anderes Spiel spielen sollten eventuell weil doch deinem Vorhang ich dachte doch nicht dass es so viel wird es war zuerst waren 75 Stunden wir haben es jetzt schon runtergekürzt wir haben uns das ja alles schon angesehen aber das Spiel wir machen eigentlich nur das gleiche wir sind bald fertig ja bald heißt jeder Auftrag nur noch bau irgendeiner aus bau irgendeiner aus und dann gehe ich nur noch die Kommandantenputze immer das alle Fahrzeuge dorthin dort bauen alle Fahrzeuge dorthin dort bauen alle Fahrzeuge dorthin dort bauen und du hast halt nicht wirklich abwechselt man ist ja schon mal irgendwie nur mal überlegst allein äh 100 Folgen ist schon mal das Spiel spiel ist ja auch schon mal los dass du denkst damals waren wir in 40 Folgen fertig ja wir haben jetzt hier ja diese DLCs die uns etwas nur in Spielraum geben nur ihr habt es irgendwie vielleicht mitgekriegt wir wollten dann immer ein neues Spielzeug ausnehmen aber bald gibt es kein neues Spielzeug mehr naja jetzt gibt es nicht zum Beispiel ich meine es gibt wohl noch Fahrzeuge die wir nicht wirklich viel genützt haben zum Beispiel Radler haben wir noch gar nicht wirklich haben wir bis jetzt mehr gestartet wir besitzen alles na ich glaub gerade gar nicht oder ich dachte wir besitzen alles keine Ahnung ich weiß auch dass wir für diese Baustelle Geld brauchen das Geld haben wir nicht wir sind arm naja 400 Tonne aber ja ich würd gern noch ein Mobile kann das geht sie nicht aus das geht sie nicht aus das geht sie nicht aus Ike no alles geht sie auch nicht aus wo ist denn jetzt meine Maus warum wird die hier jetzt nicht angezeigt dann wird sie wieder angezeigt komisches Spiel ja der Weizenzug der muss jetzt hier abladen weil ich nicht weiter Leute wir schauen uns das ganze meiner nächste Folge nochmal genauer an wegen den ganzen Aufständen und so ne ja genau das wollte ich auch grad sagen also bleibt dran und bleibt geschmeidig im Sinne machts gut tschüss